10,6, seine D-Sex-Zeit, er tritt an gegen Gerd Habermann. Seine Zeit eine 9-1-3, ein... Auf der Torefahrtlinie gibt es dann eineinhalb Sekunden. Wer schafft den Spruch? Check-out. Nächstes Index, wir haben hier auch neigenautes... Wer schien im Finale an, es ist Philipp Dauz. Philipp Dauz ist mit den Jungen Nummer dicker bis ins Finale gekommen und hat jetzt einen großen Weg erhebt. Was für ein Föller hier vorne, Philipp Dauz. Ja, ich muss die Leiden immer schön anheizen, zwar 13 fahren, Philipp Dauz, eine Wolke machen. Und er holt das Rennen nach Hause, Gerd Hamer. Ja, Gerd Hamermann fährt 500 Spiel über Index, Philipp Dauz fährt 400 Spiel über Index. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020